Man sollte meinen, in einer aufgeklärten Gesellschaft sei für Antisemitismus kein Platz mehr. Doch die Realität zeigt leider oft genug das Gegenteil. Um über Antisemitismus aufzuklären, lud die Ecolea Internationale Schule Schwerin am 12. November Schüler der Oberklassen zu einer spannenden Begegnung ein. Zu Gast war Arieh Schalika. Seine Kindheit verbrachte der ehemalige Rapper, später auch Buchautor und Offizier in Berlin. Vor knapp 20 Jahren musste er nach Israel auswandern. Zu viel Hass ist Arieh Schalika in Deutschland als Jude begegnet. Heute kommt er immer wieder an deutsche Schulen und hält Vorträge. Weil auch diese Jugendlichen eines Tages hier in Mecklenburg-Vorpommern in bestimmten Positionen sein werden, Studenten sein werden, in ihrem Umfeld vielleicht Antisemitismus kennenlernen werden und eventuell dann auch vielleicht durch meine Worte dagegen vorgehen werden, aktiv. Arieh Schalika weiß genau, was Judenhass bedeutet. Er hat es auf brutale Weise als Jugendlicher gelernt. Nachdem er seinen Freunden erzählt hatte, dass er Jude ist, wollten diese mit ihm nichts mehr zu tun haben. Sogar zum Feindbild wurde Arieh Schalika erklärt. Bei mir war es so, dass ich als 13-Jähriger am Berlin-Wedding, als ich da hingezogen bin, angefeindet wurde als Jude, der sich als Jude geoutet hat, ohne zu wissen, was ich mir selber antue. Weil ich keine Ahnung hatte, dass die Muslime in meinem Bezirk teilweise mich als Feindbild erklären werden, ohne dass ich mich verändert habe. Gestern waren sie noch meine Freunde, plötzlich bin ich Feind. Nicht alle Muslime, leider aber sehr viele, die mich plötzlich schlagen wollten, die mich bedroht haben, die mich bespuckt haben, die mich scheiß Jude, scheiß Israeli. Und dabei hatte ich nichts mit Israel oder jüdisch sein zu tun. Arieh Schalika meint, Antisemitismus kommt in allen Gesellschaftsschichten vor. In seinem Buch »Der Neudeutsche Antisemit« zeigt er, wie auch Christen, Linke, Arme und Reiche antisemitisch denken können. Arieh Schalikas Lösung fahrt gemeinsam nach Israel und lernt die Leute dort kennen. Auch für Schüler, die sich meist nur mit dem Holocaust und nicht mit der Gegenwart beschäftigen, hat Arieh Schalika einen Tipp. Zur Verarbeitung der Vergangenheit gehört auch immer ein Blick ins Jetzt. Man macht nach Auschwitz noch einen Abstecher nach Israel und trifft die heute lebenden, glücklichen Juden, schließt Freundschaft mit ihnen und merkt, denen geht's gut. Und sie heißen mich willkommen, sie wollen Freundschaft mit mir. Ich werde als Deutscher in Israel nicht angepöbelt, ich muss keine Angst haben, sondern im Gegenteil, ich bin herzlich willkommen. Und das ist wahrscheinlich der beste Weg, um den Antisemitismus auch zu bekämpfen. Eine direkte Auseinandersetzung mit Themen wie Antisemitismus, Rassismus oder das rechtsradikale Gedankengut gehört zum Konzept der Ecolea Internationalen Schule Schwerin. Auch künftig sollen dort solche Gäste wie Arieh Schalika eingeladen werden mit Aufklärungsmission.